Und wieder gibt es Neuigkeiten von The Fischer Online. Am Briesener See geht es jetzt los mit dem Karpfenangeln, mit dem Fiedern auf Karpfen. Jetzt auch richtig, jetzt mit Futterkorb. Ja und hier im Shop, ihr Lieben, da finden wir alles, was wir benötigen. Und zwar da, wo es auch die Posen gibt, da gibt es jetzt zwei Arten von Futterkörben. Aufpassen, die Gewichtsklasse sozusagen oder die Tragfähigkeit der Rute ist entscheidend. Nicht zu schwere Futterkörbe nehmen. 30 Gramm, 40 Gramm, 60 Gramm, die sind eigentlich allesamt zu schwer für die normalen Fieder. Die gehen so gerade an die dicken Karpfenruten dran. Die kleineren hier mit 10 Gramm, die funktionieren für die normalen Fiederruten, weil die Köder hier, die Futtermische, die kommt ja auch noch mit dazu. Das heißt, da holen wir nochmal von jeder Sorte auch noch ein bisschen was dazu. Schnappen uns jetzt, wie gesagt, den kleinen Futterkorb hier mit 10 Gramm. Und für die großen Ruten dann halt die etwas schwereren schon. Und dann gehen wir jetzt mal an den See. Ab geht es. Und ich glaube, ich setze mich diesmal ins Boot, falls mal ein viel zu großer Fisch dran geht, dass wir dann mit dem Boot hinterherfahren können. So, hier vorne wollen wir hin. Das ist gar nicht so weit. Fahren wir trotz allem mit dem Boot hin. Es kommt ja immer wieder die Frage auf, gerade hier am 5er, am Level 5er See. Okay, ja, ab wann schalte ich denn die Reisepunkte hier frei? Gar nicht. Gar nicht. Ab diesem Level gibt es eben das Boot. Und ab diesem Level gibt es dann nicht mehr dieses Teleportieren, diese Schnellreise, sondern man fährt mit dem Boot zu den verschiedenen Spots. Das ist der Sinn und Zweck des Ganzen. Man sieht dann quasi immer, an welcher Stelle man ist, wo man zugewiesen ist, welcher Area. Aber es gibt keine Schnellreisepunkte mehr. So, an der Stelle legen wir einfach mal los. Ich habe meine Ruten quasi schon soweit präpariert. Das heißt, ich habe hier an der dicken, fetten Karpfenrute, habe ich schon den 30-Gramm-Korb mit der Futtermische Karpfen, mit der Karpfenmische und dem Krabbenboili, zweier Haken. Und den ballern wir mal hier in Richtung Haus. So, das Ding fliegt rein. Vier Meter tief, Table, perfekt getroffen. So, dann die nächste Route. Gucken wir da vielleicht nochmal kurz im Detail rein. Man sieht das jetzt ein bisschen besser. Hier an diese Stelle kommt normalerweise das Blei. Das heißt, wenn man hier drauf drückt, habt ihr die Auswahl zwischen den Bleien oder dem Futterkorb. Und den wählt man dann einfach aus. Klickt hier drauf, wählt dann die Art der Futtermische. Ich nehme mal jetzt Lucky Fishing. Gucken wir mal, ob wir da lucky sind. Den Erdbeerboili, der funktioniert auch sehr gut. Und einen Dreierhaken. Ich versuche mal bei der Route mal auf ein bisschen was Dickeres zu gehen. Auch hier grob in Richtung Haus werfen. Zack, es landet. Vier Meter tief, jawohl, perfekt. Und die dritte Route, das ist die kleinste. Da ist auch der kleinste Korb drauf jetzt mit zehn Gramm. Hier gehen wir mal, nehmen wir mal die gute alte Kartoffel. Zweierhaken. Und raus damit. Fliegt natürlich nicht ganz so weit. Aber auch da drei Meter tief, jawohl. So. So kann das stehen bleiben. Drei Routen auf Karpfen, durchaus eine Option. Am Briesender See, allerdings nie vernachlässigen. Auch hier natürlich die Quests. Und da haben wir schon wieder meine Lieblinge drin. Pikes. Acht Pikes, 78 Silber. Den Auftrag nehme ich gleich nochmal an. Den nehme ich später mit. Andere Möglichkeit wäre dann einfach zwei dicke Routen einfach für die Karpfen. Und die dritte Route, mit der dritten Route dann Spinning. Einfach hier mit dem kleinen Spinner entlang. Hier oder hier entlang. Läuft super eben auch für die Pikes. Kann man gut nebenbei machen. Zack. Hier bimmelt es schon direkt auf der ersten Route. So soll das sein. Erster Beulie hier. Der Krabbenbeulie. Oder war das hier die Erdbeere? Der Krabbenbeulie, jawohl. Richtig gut. Ja, und hier fängt man dann im Idealfall die Spiegelkarpfen. Schön auf die Spiegler gehen. Die laufen sehr gut. Übrigens hier eine meiner liebsten Positionen am gesamten See. Ob das fürs, auch fürs Forellenangeln geht das immer wieder. Da kann man hier in diesem Bereich hinwerfen. Auf der kleinen Route, da geht was. Auf Kartoffeln hat was gebissen. Und jetzt hört man es so langsam. Na, zieht gerade nicht ab. Aber so langsam hört man das Schnarren. Jawohl. Der Fisch geht halt jetzt in die Bremse. Das ist ja auch relativ neu. Das ist noch nicht so lange mit im Game drin. Aber so soll das sein. Wenn der Fisch groß ist, zieht er quasi auch, wenn die Route abgelegt ist, zieht er die Schnur aus der Bremse raus. Und da kommt der erste dicke Spiegler an. Man sieht ihn schon schön durchs Wasser. Kescher raus. Ja, geil. 5 Kilo. 174 XP. Mal eben rausgezogen. Richtig gut. So soll das sein. Einfach wieder auswerfen. Maximal. Und dann gehen wir mal zu der kleinen Route. Oh, und da sind wir schon am Limit. Ho, 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 ho. Alter. Auf Kartoffel. Auf Kartoffel. Schön so ein bisschen nach oben drücken. Rechte Maustaste. Ein bisschen zwischendurch loslassen, dass er schnell wieder einkurbelt. Und wieder hochziehen zum Pumpen. Wenn der Fisch zu schwer sein sollte, kann man die Route wieder abstellen. Sich ins Boot setzen. Das ist jetzt hier die Route auf der Taste 3. Dann setzt man sich ins Boot, fährt so ein Stückchen hier an die Route quasi dran. Drückt die 3 und nimmt sie dann wieder auf quasi. Also man muss sich da erstmal behäbig ins Boot reinsetzen. Und dann greift man sich wieder die Route. Und kann dann losfahren mit der Route in der Hand. Und dem Fisch an der Route kann man dann quasi dem Fisch hinterher fahren. Holt euch ab diesem Gewässer die etwas bessere Schnur. Nicht mehr diese Billo-Schnur nehmen, sondern hier die dünne, wo 0,2er Stärke. Da sind aber auch 100 Meter drauf dann. Das lohnt sich dann definitiv beim Karpfenangeln. Eine schön dünne Mono mit guter Tragfähigkeit. Der kämpft schon schön. Aber gerade immer in dem Bereich. Jetzt wird es grün und wenn es dann wieder rot wird, kann man nochmal wieder nachpumpen. Damit man schön die ganze Zeit am Kurbeln ist. 12 Kilo Route, 12 Kilo Schnur, 12 Kilo Rolle. Ohne Vorfach tatsächlich. Das wurde ja auch rausgenommen. Das ist kein Must-Have. Komm ran hier, Alter. Wieder ein schöner, feister Spiegelkarpfen. Bam! 6,7. Fast 300 XP. Leute, das ist richtig gut hier. Das läuft sehr, sehr gut für das XP-Farm. Und auch für das Silbermachen. Hier bimmelt es wieder. Ist es die 1? Ja, es ist die 1. Diesmal ein bisschen was Kleineres dran. Den pumpen wir dann natürlich ratzfatz raus. Und dann noch einfach schauen. Also wenn ihr auf dem einen Köder die ganze Zeit die Bisse habt, dann natürlich auch die Routen einfach mal umbauen. Ganz kleiner hier. Oder einfach mal die Hakengröße erhöhen. Aber immer dran denken, dann können auch die richtig dicken Brocken da einsteigen. Nicht, dass die euch dann auf einmal nackig machen auf den kleinen 12er Routen. Ja, das ist der Spot. Und es bimmelt direkt wieder los. Das ist der Spot. So soll das natürlich laufen. Gerade mit den Karpfen ordentlich XP machen. Die Kohle ist ganz okay. Andere Möglichkeit, neben dem Karpfenangeln, also neben dem Karpfen- und Hechtangeln, wäre natürlich dann auch noch gleichzeitig auf Forelle zu gehen. Dass man da auch nochmal ein bisschen Silber macht. Oder Bonus-Silber. Auch da ist die Frequenz erhöht worden. Aber sie ist immer noch nicht wahnsinnig hoch. Aber wie gesagt, man fängt zwischendurch ganz gut Forellen jetzt auch hier. So, den runter. Und dann gehen wir hier nochmal auf die 12er Routen. Mit den 12 Kilo Routen kommt man wahnsinnig lange aus. Ab einem gewissen Punkt, wenn man dann vielleicht irgendwie auf die großen Wildkarpfen geht. Vielleicht doch irgendwann mal den Wechsel machen auf die Karpfenrouten. Es ist deutlich eleganter, deutlich entspannter. Und ja, ich hätte lange nicht, also ich bin auch lange nicht auf die größeren Routen gegangen. Ich habe die 18er ja komplett ausgelassen. Habe mir da das Geld gespart. Aber dadurch, dass man ja alles wieder verkaufen kann und wirklich viel Geld wieder rausbekommt für vernünftiges Equipment, also wenn es gut in Schuss ist, dann lohnt es sich wirklich dann auch einfach mal zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt alles und hole mir jetzt ein hochwertigeres Set. Also für drei dicke Karpfenrouten oder dickere hat es bei mir jetzt hier nicht gereicht, aber zweimal diese Karpfenrouten mit 25 Kilo, 23 Kilo, 24 Kilo, also sagen wir mal 23 Kilo Bremskraft. Dafür, für die zwei hat es gereicht. Und mit denen werde ich dann auch am 18er Gewässer schon ganz gut starten können. Und je nachdem, wie viel Kohle ich bis dahin habe, werde ich mir vielleicht einmal einen 30 Kilo Set leisten können. Und da geht der nächste in die Bremse. Hier kommt der nächste dicke Oschi schon raus. Sehr schön. Acht Kilo. Die werden immer schwerer. 350. Und da schnarrt schon die Bremse. Auf Kartoffel läuft es auch sehr gut gerade. Die schnöde Kartoffel. So, und das wäre jetzt so ein Fall, da bin ich schon kurz davor zu sagen, okay, ich steige ins Boot und fahre ihm einfach hinterher. Ja, doch, noch kriegt man ihn. Wenn er die ganze Zeit zieht, auch beim Anpumpen, dann einfach ins Boot und hinterher. Aber so geht es noch. So geht es noch. Der wird ja auch ein bisschen müder. Aber so kriegt man ihn noch raus. Jawohl. Zwischendurch, wie gesagt, immer die rechte Maustaste. Also die rechte Maustaste macht den Pump. Zwischendurch locker lassen wieder. Oder mit der Maus wieder ein bisschen runter. Dass man schön viel im grünen Bereich ist, weil er eben nur im grünen Bereich kurbelt, wenn man eben eine kleinere Rolle hat, die im gleichen Gewichtsbereich ist. Wenn man hier natürlich auch auf diese Route eine dicke 23er Rolle draufklatscht, kurbelt die auch die ganze Zeit durch. Aber wenn man ein stimmiges Setup hat, dann kurbelt die Rolle auch leider nicht weiter. Jawohl, komm schon. Ja, so macht das doch Bock. Schön in den Karpfendrill hier. Ja, ziemlicher Brocken auch, ne? Das wird, glaube ich, auch ein bisschen verändert, ne? Dass man die jetzt ein bisschen besser sieht. Die glänzen jetzt ein bisschen mehr im Wasser. Vorher waren die so matt nur im Wasser. Jetzt sind die Konturen deutlich besser zu sehen. Ja, geil, ey. Sehr, sehr geil. Bam. Auch nochmal über 300 XP. Leute, mega geil. Mega gut. So, gucken wir mal eben. Kescher ist schon gut gefüllt. Ich verwende ja immer noch den mittleren Kescher, weil das hin und her reisen und verkaufen geht einfach viel zu schnell. Da lohnt es sich noch nicht. Ratzfatz. Ein paar Fische zusammengefangen. Sieben Stück für 72 Silber. Kann man machen. Fette XP dazu. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So kann das sein. Weiter geht's. Ich angle einfach weiter. Bis zum nächsten Mal. Petri. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.